Hallo, mein Name ist Marc Schmidt, Defension in Hilden. Ich möchte alle interessierten Hildener am 16.09. in meine Defension Schule für Selbstverteidigung einladen, um sich im Thema Selbstverteidigung zu informieren, zu einem zweiten Frühstück mit mir und meinen Schülern auszutauschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Dankeschön. Vielen Dank.